Hallo zusammen, ich habe die Kameranummer eingeschaltet, weil hier fleißig gearbeitet wird. Wie heute Mittag berichtet, werden hier diese Stützpfeiter installiert. Dafür müssen auch hier oben die senkrechten Gitter demontiert werden, an denen die Scheiben festgestellt waren. Und die beiden Herren produzieren immer gerne ein schönes Feuerwerk. Ich hoffe, wir kommen nochmal dazu, das zu genießen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Für die rechte Seite. Links ist schon montiert. Das heißt, rechts wird auch nochmal so eine Platte für die senkrechte und schräge Aufnahme der Kräfte. Und hier werden alle frau dicht nach. Und damit es Platz ist, müssen diese senkrechten Stäbe hier herausgenommen werden. Das heißt, rechts wurde runtergefallen. Die Rechte, rechts und ihr von oben Entschuldigung Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Ciao.